So, hallo, Leute, wie können Sie ein neues Video Game? Minecraft Wolf mit den guten alten Leuten, mit den, zu meiner Linken, den, den Creeper, oh man, den Namens Floh, oh man, und rechts neben mir das Einhorn ohne den Einhorn, und, äh, genau, heute streamen wir dich, oh, hier ist Tobes, sorry, hi Tobes, der, der Squidward, okay, Leute, so, ähm, okay, wer, wer ist, wer ist der Golf, wer ist der Wolf, Leute, äh, ich wollte mich fragen, Leute, ähm, habt ihr schon irgendwann mal, äh, probiert an, äh, einer eisenen, kalten, äh, Stange zu lecken, nein, ich bin nicht komisch, ja, hab ich mir auch wirklich schon mal gemacht, wirklich, ja, du bist gestorben, bist du in Minecraft gestorben, oder, äh, wir haben jetzt, äh, Winterferien gehabt, Leute, was habt ihr in den Winterferien hier, oh, habe ich jetzt gestorben, Alter, wer war das denn jetzt, bloß gestorben, finde ich gut, finde ich sympathisch, ja, wie gesagt, ihr, ihr habt, äh, Winterferien gehabt, ja, ähm, was habt, äh, gut, Winterferien mehr oder weniger, äh, was habt ihr da gemacht, äh, Tobes hast das gemacht, hast du dich etwa geduscht, äh, ich durch mich immer, Okay, wer ist jetzt gestorben, ist, ist Flo gestorben? Ja, Flo, ich lebe nach Topsleadner und du auch, nehme ich an. Okay, äh, warum ist Flo gestorben, bist du frei? Ja, wahrscheinlich aus Blödheit. Aus Blödheit. Okay, lasst mal irgendwie Gold sammeln und, ähm, hauptsächlich mit so einem Notspike. Leute, was habe ich noch gerade gesehen? Ich habe einen Dings gesehen. Noch? Ich bin ein Game Gang. Oh nein, Leute. Ich bin revived! Ja, willkommen zurück im Leben, du kleiner Creeper. Was ist passiert? Ich bin einfach so so... Ich bin einfach so... Leute, 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 Leute. Ich war gerade nirgendwo, wo schlimm sein kann. Nirgendwo, wo schlimm sein kann? Okay. Ich bin wirklich einfach so gestorben. Ähm. Ja, ist mir auch schon passiert. Vielleicht bin ich einfach explodiert, weil ich den Creeper bin. Hast den Creeper-Ormang-Move gemacht. Okay. Ähm. Äh, wie gesagt, Flo, äh, was hast du in deinen Ferien, also über Weihnachten gemacht, Flo? Hast du... Easy, Alter. Ähm, also ich war am Klo, dann habe ich gegessen, da war ich noch mal am Klo. Äh, ich habe leid gerade. Tops, was hast du gemacht zu Weihnachten so? Ich? Du hast irgendwas geschrieben, dass irgendwelche Leute zu dir kommen, oder? Äh? Oder wie habt ihr Weihnachten gefeiert, Tops? Weihnachten, ja. Wir haben Familie gefeiert, haben Essen gemacht, haben gegessen. Ein- und ausgeatmet. Habt ihr Zielsteine gegessen? Ja. Ja, wirklich, Tops, habt ihr... Das ist echt die richtige Frage. Also stimmt. Da, da, da war ja noch... Die hat mich geschlagen. Böse, ich bin überhaupt nicht in deiner Nähe. Was ist das? Tops, da war ja noch was mit dem Zielsteine. Das ist ein Creeper, man. Ah! Du wirst ein Schutzflitter. Ja, ich habe die Zeit, was seid ihr, was seid ihr, was seid ihr, Lotto-Tepa gefunden? In der Kiste drin. Oh, Lotto-Tepa. Ähm, wo seid ihr, Lotto-Tepa? Ähm. Ähm. So. Ich sage, es ist Tops, ich sage, es ist Tops. Oh, ich sehe, äh, Tops. Hä? Hey, warte mal. Ah! Julian! Felix, ich bin über die Piste eingeschwört. Kommst du wieder raus? Nein, ich bin stark. Leute, komm mal zu dem Geheingang, hier geht's nicht weiter, Flo. Geheingang? Oh nein. Kommt ihr zu dem Geheingang, wo die Brücke ist? Ich bin aus dem Map! Was? Hä, wie? Flo, komm mal, äh, Leute. Komm mal, ich höre zu dem Geheingang, wo die Pistes aufgehen. Komm mal zu dem Geheingang, wo die Pistes aufgehen. Ich bin drin geblieben und dann ist die Pisten zugegangen und da war ich innen drehen und da war ich innen drehen. Leute, kommt mal dahin, wo die Brücke ist, da, da wo unten so eine Minenschacht ist. Geht, kommt da mal her. Ich komm nicht mehr raus. Man kann da nicht drüber, Leute. Minenschacht, Brücke. Da, wo die Brücke ist, unter, Tops, ich geb dir alle meine, wer hat da grad Dings gemacht. Ich geb dir alle meine Rubies. Flo, mach auf. Wo bist du bloß in Minenschacht? Kann jemand von euch Dings, äh, Dings, äh? Hä? Hä, was? Ja, danke, Tops. Hä? Was ist passiert? Alles klar. Du warst, ich war auch gerade stuck in den Pisten drin. Aber ich war nicht, Tops, komm mit. Ich war nicht stuck in den Pisten. Komm mit, alle mit, komm mit. Ich zeige gerade, was bei mir passiert ist. Ähm, wir brauchen eine Enderperle, okay? Juli, ich hab einen neuen Sektor gefunden, glaube ich. Einen einen Sektor? Einen Sektor? Hä, was ist ein Sektor? Komm mit. Gibt es da auch Sekt? Ja. Okay, hier, schau. Es gibt mich auch immer Squid. Ich kill's Ray. Ich rede, du killst den Squid. das war erst mal ein squeaky nein nein schau ich war da und ich war da was bleibt bestehen warte mal was ein dick schädel der kaste nicht durch ich habe keine fälle ich glaube dass wir raus was ließ so nach oben kommen du musst wenn du stark bist eine pille schießen einfach dann kommst du rauf das ist halt bei ihm eine normalität ich bin da wirklich so ein notschkopf wie gesagt wie habt ihr weihnachten gefeiert oder wie habt ihr erwartet schon mal eislaufen leute ich hab ganz viel schokolade gegessen war schon mal eislaufen wo warst du schon mal eislaufen bei uns hat es immer in der ortschaft solche dings games und eislaufen platz oder war da waren richtig viele rillen drinnen jeden hat es immer aufgehört was jetzt auch so reden weil es uneben war oder ja es war komplett uneben wenn wir lade gerade nicht fest in der rille ja rillen so will grillen ich hab das gar mal versucht mit dem fahrrad drauf zu fahren und ich bin das easy schau er gesagt nicht schlagen ist es der wolf es ist der wolf es ist nicht alles testen der test geht das test das ist das andere sein funktioniert dass man alle testen ich kann kein anderer sondern es geht gar nicht es ist muss ja nicht so dass ein programmiert kommt mal alle tester leute das ist aktiv und der funktioniert auch einmal in meinem kompletten leben aber es gibt glaube ich den ausgang ich bin kein wolf wo bist du kein wolf lande kommt noch mal test dann wo bist du stuck flumm ich glaube jetzt auch eine enderpelle genommen hast du dich auch austellipotiert oder stimmt's nö doch ja bist du drin ich bin drinnen einmal nach oben ich bin drinnen einmal nach oben schau mal ich habe es gerade probiert aber ich habe mich ich habe noch ein und dann hast du noch einen wort es kommt jetzt kommt jetzt kommt das abenteuer ob sie gibt es auch wirklich als ob das legit neu geeignet war okay okay ich gehe mal testen topso auch testen ne topso nicht testen topso auch testen ich habe angst wenn ich teste dass ich sterbe lebt ich werde noch was ich mache ich wurde vertauscht es ist topso killer sitzt auch topskill ob du bist so bin ich ich habe kein schwert ich kann das schwert trocken topso bist du wer ist der wolf lass mal erstmal den kraken aktivieren beim schiff da hast du schon kragen dinge zu geben oder der wolf aktivieren der wolf aktivieren ja topso komm mal her und aktivierst ich bin kein wolf ah du bist ein golf komm nachher topso wenn du gleich herkommst dann führe ich einen commandos ja okay dann ist das aber cheating klar ich habe nur indirekt gesagt dass ich ihn ausführe habt ihr schon mal probiert mit enderpeller aufs schiff drauf zu kommen ganz oben ich habe eine enderpeller gefunden hey oh das ist aber crash safe jahre oh hi topso hab ich gekriegt als topso wolf hä ist ob du zwei leute wiederbeleben konntest ich konnte es irgendwie kaufen ja als topskill ist es safe topso ist es safe topso ist safe topso ich bin es nicht wenn ich es nicht bin ok wächst was wenn ich es nicht bin dann müssten flo und julian zusammen eine woche lang vegan essen hä stimmt dass Flo das ganz gut ja ich kann es mal einblenden mach mal das zu machen ja bleibst mal ein ich kann mal hier hier seht ihr jetzt wie flo ein äh hä ja okay ich bin ich bin kein wolf dass auch tubsig doch okay eigentlich war eigentlich wäre gewesen aber das system zu viel gestunken das ist okay wer ist wer ist wirklich der golf ich bin es nicht ich bin es auch nicht warum beschuldigt immer mich ich war gerade vergiftet leute geh mal testen erste und ich war erste runde wollte tubs schreibt du bist du bist ein ugl du war der wolf was mit dir so große wolf ich bin nicht der wolf ich sehe wo bist du bei floh hat es geleuchtet es ist ja ja er ist der mir ist beim eingang ich habe noch ein holz hat ok dann lassen der flöße krippe flüße krippe was Okay, lass mal eine Runde spielen. Aber warst du, Flo? Nein, nein, nein. Hä, aber warst du jetzt, äh, warst du jetzt, äh, Wolf, Flo? Hä? Ich hatte keinen Wolfschub. Was? Aber ist bei dir gestanden, dass du Wolf bist? Äh, ja, vielleicht, ich weiß nicht. Ja, bei mir ist in der allerersten Runde gestanden, dass ich Wolf bin, aber dann bin ich gestorben, random. Ach so. Ja, das ist natürlich sehr unvorteilhaft. Sehr unvorteilhaft. Okay, leider, ne? Die sind in den Chester, aber random im Wasser, wo nichts drin ist, was soll er? Ich habe ein neues Thema, über was wir reden können. Was habt ihr euch schon immer mal gewünscht? Außer, dass Tups zum Stinken aufhört. Äh, ich stehe die Rückenhaare auf Tups im Rücken in die linke oder in die rechte Richtung. Link ist Einhorn. Tups. Äh, ich hab dir jetzt hier einstiegst, oder? Jetzt muss ich hier noch was bestrafen. Ja, äh, ich würde mir mal wünschen, dass, äh, dass es bei der Gamescom, des Tups bei der Gamescom wirklich nicht stinken würde. Bei der Gamescom. Bei der Gamescom? Bei der Gamescom! Bei der Gamescom! Tup! Äh, wer, wer war das jetzt? Wer war das jetzt? Ich war das definitiv nicht. Tups scheinbar. 200% Tups. Nein, ich war es nicht! die ganze zeit aber wo es so ist das beweise hast du hast du hast so ein foto ich hatte zwei drinnen was ist wenn aber was denn es hoch was ein floh wolf ist aber topst du denkst das floh wolf ist eigentlich topster wolf ist es ist benutzt die quanten technologie ok ok ich suche jetzt so viel gold dass ich das war's hier mit der folge von dem runden kopf vielleicht bist du bei irgendwas vielleicht ist auch keiner irgendwas wie gesagt was leiden aber aktiviert die glocke wenn top stinkt lassen like da habe die kommentare schreibt in die kommentare wenn topst das was ich will dich ich habe ich habe jetzt einfach gemütet ja schreibt in die kommentare top stinkt weil das auch der wahre hashtag ist kommentar leute ja leicht los im kommentar das ist nämlich der wahre konnte und lasst ein like und ein abo da und tschau ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020